Meine Damen, aufgepasst! Sind Sie die Beulen, Wülste, Rundungen, Light, die man sieht, wenn Sie eng anliegende Kleidung tragen? Was ist mit Shapewear? Sieht man durch die Kleidung, hinterlässt schreckliche Druckstellen, der Haken auf der Haut ist nicht leicht zu tragen. Jetzt können Sie wieder durchatmen. Hier sind die Slim Panties 360, das tolle Kleidungsstück, das Ihnen den Komfort normaler Höschen mit Stütze und sofortigem Schlankheitseffekt von Shapewear bietet. Slim Panties hat ein geschütztes 360-Grad-Design mit extra breitem Kompressionsband, das Teil des Höschens ist. Kaschiert so überschüssiges Fett an Taille, Rücken, Bauch. Kein Hüftspeck mehr, keine Speckröllchen. Ich ziehe sie an und statt gar keine Stütze zu haben, sehe ich dann so aus. So schlank und tonisiert sehe ich aus mit diesem einfachen Kleidungsstück. Die perfekte Lösung, die schlank macht, wo Sie es brauchen und nicht, wo Sie es nicht brauchen. Slim Panties mit 360 Grad nahtloser, bequemer Kompression, die den Speck tonisiert, für einen flachen Bauchsock, Ihren Körper formt, schlaffe Haut strafft, Ihren Po anhebt und kräftigt. Sie sehen aus, als hätten Sie bis zu zwei Kleidergrößen weniger, sekundenschnell. Wabbelige Stellen weg, Hüftspeck weg, schlaffe Haut weg. Slim Panties sehen gut aus, egal was Sie tragen. So bequem, Sie werden vergessen, dass Sie sie anhaben. Das ist die bequemste Shapewear, die ich je ausprobiert habe. Und ich habe viele ausprobiert. Keine sich abzeichnende Unterwäsche mehr, keine unbequemen Haken und Reißverschlüsse, kein Hineinzwängen und Überquellen. Für Slim Panties wird ultrakühler, atmungsaktiver Stoff verwendet, ohne Nähte, Knöpfe, Reißverschlüsse. Lassen Sie sich daher total einfach anziehen. Dank rutschfestem Silikonband rollen Sie sich nie herunter. Fühlen Sie sich wohl, bewegen Sie sich frei, fühlen Sie sich schlank, schick, sexy. Warum 100 Euro oder mehr für normale Shapewear zahlen? Holen Sie sich Slim Panties zum unglaublich niedrigen Preis.